Ne, da oben drauf nicht. Ich hab kein Bock drauf. Ich mein, es funktioniert mit den... äh... ...Closed-On-Lampen auch. Ich denk aber schon. Ich hoff einfach mal. Sonst ist der ganze Weg zugeschneitert und man sieht gar nichts davon, dass wer das im Sonsten ist. Dann mach ich einfach nur fucken daran, ist mir egal. So. Jetzt noch hier die Scheiße. Der einzig doofe ist, dass der Tier 3 breit ist und der andere 2 breit. Sieht dann vielleicht ein bisschen doof aus. Äh, cool. Und nicht wundern, dass der Übergang halt, ähm, zu einem nächsten Part... Ich sag halt kein Tschüss und so. Da liegt halt daran, dass ich, wie gesagt, ich müsste jetzt glaube ich schon im zweiten Part oder so sein, dass ich halt den Timer auf eine Stunde gestellt hab, mit 15 Minuten, damit ich viel Zeit spare. Und das wirklich so, ich spare dadurch extrem viel Zeit, durch die ganzen Tschüss und Hallo, nächster Part, bla bla bla, da krieg ich immer extrem viel Zeitverlust drunter. What the fuck? Ja, ich hab mich erwischt. Jetzt guckt das beschämt zur Seite und probiert es zu flüchten. Okay, mach mir Angst. Aber egal, ich geh jetzt erstmal wieder hier die Scheiße ernten. Ganz schön viele Schneebellen. Obwohl, in der Donne sind ja gar nicht viele. Blub. Ey, das ist doch voller Cheater-Ding, wenn man hier die ganzen Melonen einfach wieder verwerben kann. Dann kann man doch voll cheaten. Ich mein, ich brauch mir jetzt nie wieder irgendwie Essen zu machen. Und da sind Kürbisse. Kürbisse. Aber wie kriegt man den Kürbissamt? Versteht irgendwie? Muss man die backen oder so? Ach du Scheiße, fällt einfach da runter. Ey nein, falsche Richtung gewachsen. Da muss ich wieder was gegen tun. So, ich stell die jetzt immer so an Ronnen. Dann können die Gante hinwachsen. Denke ich mal. Da ist noch ein Bösewicht. Wann hab ich die Fackel schon mal falsch platziert? Dumm. Hier können die ja gar nicht hinwachsen. Yeah. Wow. Sogar mal viele Melonen. Ich kann schon mal so ein riesen Melonenfeld, das wäre auch cool. So ein endlich Melonen. Boah, ach du Scheiße, wie viele kommen denn da raus? Bisschen mehr als ich gedacht hab. Ja, genau. Spawn einfach nochmal. Ja, cool gewesen, wenn ich jetzt die ganzen Items auf uns zweimal gekriegt hätte. Einfach so Cheat gemacht. Ja, da liegen da überall Melonen. Oh mein Gott. Ey, ihr wachst in die falsche Richtung, seid ihr irgendwie dumm. Wir sollten nicht in die Richtung wachsen, sondern in die. Bitte hör auf. Also meiner Meinung nach wachsen die ein bisschen zu schnell. Mach ich halt so. Ist ja voll die Fackelverschwendung, aber ist mir doch egal. Die sollen alle schön richtig wachsen. Ah, da hab ich glaube ich ein paar gefailt, oder? Wie doch nicht. Okay, von mir aus. Wie viele Millionen hab ich denn jetzt schon? Oh fuck, ich kann keinen mehr tragen. Erstmal da wegschmeißen, dann brauch ich nicht. Hab ich einen neuen Stack angefangen? Nö. Scheiße, jetzt muss ich irgendwie da rumkommen, ohne... ...den Samen einzusammeln. Boah, bin ich gut. Scheiße. Will ich den Samen einsammeln? Yes. Boah, ist das spannend. Das Leben als Bauer ist echt spannend. Irgendwie wachsen hier die in der Mitte am schnellsten. Hi. Bam. So, die kommen schon mal weg. Das, da geht ja mal gar nicht. Ja genau, what the fuck. Hört auf. Ist ja normal, dass die so schnell wachsen? Ich finde das ein bisschen übertrieben. WTF! Hilfe! Ich hab' ne Meloneninvasion gebaut. Gebaut? Jetzt wird erstmal Melonen-Samen gebacken. Yay, ganz viel Melonen-Samen. So viel brauche ich gar nicht. Ich gucke erstmal, wie viele ausreichen. So. Ganz sanft einpflanzen. Da auch. Und da auch. So. Und da auch. Aber die sind definitiv einfacher zu... Oh, ein Kürbis. Einfacher zu handhaben als... Wie heißt die nochmal? Als das Weizen. Weil dann muss man ja nochmal bepflanzen. Die muss man einfach nur abbauen. Ich meine, man bekommt dadurch viel weniger. Aber da muss man nix craften. Man kann die einfach direkt so essen. Und fertig is it. Und die wachsen immer wieder nach. Immer. Auch wenn das ein bisschen zu schnell geht, meiner Meinung nach. Wie man da gerade gesehen hat. Und ich höre jetzt endlich mal auf damit. Ich muss noch kurz gucken. Warte, wann nochmal die Kürbisteile? Ich schlage mal kurz die ein paar aus. Okay. Bis damit. Das waren Melonen. Dadat. Kürbis. Wow, was leckt denn das jetzt so? Ihhh. Scheiß, ich glaube, ich habe zu viel hingepflanzt. Jetzt werde ich sterben. Jetzt Melonen sammeln. Melonen. Boah, scheiße. Was hängt da jetzt so an zu lenken? Ich hätte da nicht so viel hinpflanzen dürfen. Ich muss die Dingssamen einsammeln. Ah, den will ich nicht. Ich habe einfach weggekotzt. Gib mir das. Danke. Fünf Stück. Naja. Naja. Äh, die da kommen dahin und irgendwann ist gerade im Hintergrund aufgegangen irgendein Fenster. Deswegen ist das vermutlich so am rumlegen. Die Melonen hole ich mal kurz mit und tue die irgendwo in eine Kiste. Hallo. Abkürzung. Bam. Ich muss glaube ich gleich mal kurz das Fenster wechseln. Denn da ist irgendwas aufgegangen. Der hat jetzt extrem den PC belastet. Deswegen leckt er auch die ganze Zeit. Äh, Essen. Ach stimmt, da kann ich jetzt stacken. Mehr Nahrung, Nahrung. Könnte ich eigentlich mal in eine Kiste tun. Der hat das schöner sortiert. Ich lasse das erstmal so. Dann kann ich Nahrung halt hier oben hin. Äh, Melonen. Melone. Melone. Ich lasse einfach mal ein paar an meinen Dings hier. Dann kann ich die essen. Und Schneebälle. Wo tue ich denn Schneebälle hin? Genau, ich wollte hier noch so eine Special Block Kiste bauen. Da kann ich die Schneedinger zum Beispiel rein tun. Spezial. Spezial ist auch voll im Überquillen schon. Tue ich Spezial immer hier die Schneebälle hin. Genau, äh, vier Stacks. So toll. Äh, Sand. Das ist kein Sand. Aber egal. Die Kiste funktioniert trotzdem. Wow, voll daneben. Da ist Sand. Einfach da. Und da ist hier die Scheiße, die extrem voll ist. Na, da kann ich mal stacken. Hätte ich eben auch machen können, aber nein. Jetzt gehe ich die Scheiße mit dem Kies machen. Ich will nicht wissen, wie viele Melonen da schon wieder gewachsen sind. Ach du Scheiße. Wann habe ich da bloß gebaut? Die Welt wird bald von Melonen überrannt. Und ich habe die Dings vergessen, die Treppen. Hol' ich jetzt direkt. Yay, Ding Dong. Ich mag meine Klingel, die ist cool. Äh, Treppen, Treppen, Treppen. Da, 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 da. Sogar noch ein paar. Eine kommt da hin. Und ein paar werden gebastelt. Wuff, macht der Hund. Treppen, 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 Treppen. Mann, ich will nicht sowas bauen. Melonenkerne kann man irgendwie gar nicht bauen. Doch man kann eine hinpflanzen, dann kann man der Teig kaputt haben. Dann kommt da ja Melonenkerne raus. Irgendwie so dumm und unnötig. Wo sind nicht das Treppen? Ach, da hinten. Upsi. Ja, einfach mal den Stack verballern. Ich denke ich mal schon. Irgendwie. Quiii, ich mach der Hund. Äh, oh my God, so verwirrend. Die verballer ich mal kurz, dann tue ich danach da hinten. Ich hab so einen tollen Plan, jetzt muss ich wieder schlafen gehen. Wow. Ich hab jetzt echt schon sehr viel geschafft. Hippa. Hippa, Hippa, Hippa. Wow. Hallo. Bam. Ich werd übrigens dann, ähm, dieses Video von wegen Ich besuche eure Welt und nehm das dann auf und bewerte die Welt und so'n Scheiß werd ich denke ich mal nach den 1000 Abonnenten machen. Es kommt ja auch ein 1000 Abonnenten Livestream. Und... Ja, ich denke ich mach das dann danach erst, weil... Es könnte nur so ein 1000 Abonnenten Dankeschön oder so sein. Ist natürlich doof für die, die kein Minecraft haben, aber egal. Ich baue jetzt erstmal hier den Weg. Dieser Weg wird aus Kies sein. Ach du Scheiße. Das war dumm. Das macht so viel Spaß. Und ist so unterhaltsam, oder? Aber das sieht eigentlich schon ganz gut aus. Ich mein, so'n Weg, der hat ja schon was. Hat nicht jeder. So'n Weg. Äh, wo war das nochmal? Ach scheiße. Hier kommt glaub ich auch noch so weit hin, ne? Ich mach mal hier. So. Okay, dann kommt hier das nächste hin. Ist das überhaupt richtig? Ja. So, jetzt verballe ich mal kurz die Treppen. Die nerven nämlich irgendwie. Denen ihre Existenz nervt. Yay. Ist das nicht schön. Und die Kurve. Ich glaub nicht, wie ich hier Fackeln hinbauen soll. Oder Laternen. Ich schüpf hier so dumm rum, ey. Ich mach erstmal so. Das Ding geht am schnellsten. Ach du Scheiße, geht echt schnell. Ein bisschen zu schnell. Geil. Kam da jetzt ein Kabelstorn oder eine Treppe raus? Ein Kabelstorn. Geil. Ich hasse das. Ah, hier ist schon ein Weg. Wie toll. Ich denk einfach an alles. Ohne, dass ich dran gedacht hab. Komisch. Ich hab schon wieder Blub gemacht. Warum mach ich das immer? Die Treppe sieht irgendwie hardcore steil aus. Mein Gott, sie ist so hoch. Oh mein Gott. Aber die ist echt unnormal steil. Sie ist so steil. Okay, das war dumm. Ja, nochmal zwei Kabelstorns. Dafür ich da neun Kabelstorns rein getan hab. Kam da auch gut viel raus, ne? Ne, warte mal. Komm gar kein neun rein. Neun wäre das ganze Feld voll. Warum leckt das so? Ich hab nur 18 FPS. Oh mein Gott. Ich muss doch kurz auf, äh, in das andere Ding da. Und ne ganze Scheiße schließen. Ja, genau. Hier sind 10 Fensteraufgang. Daran liegt das. Das find ich jetzt nicht so toll. Was ist damit? Ah, okay. Comtasia hat sich einfach geöffnet und meint irgendwie Radau machen zu müssen. Ich hoffe einfach mal, dass die Aufnahme jetzt weiter geht. Kann auch sein, dass ihr jetzt grad Black Screen oder so habt. Aber... Ich muss doch kurz die ganze Scheiße schließen. So, jetzt dürfte alles wieder funktionieren. Wow. Irgendwie nid, ne? 29 FPS. 30. 30 ist gut. 30 gilt. 30 wird flüssig. Aber der Rest nicht. Warum ist der Weg so lang? Er kam mir nicht so lang in Erinnerung. Der kam mir nicht so lang in Erinnerung. Hä? Doch, das war eigentlich ein richtiger Satz. Ich hab einen richtigen Satz gebildet. Oh mein Gott. Ich glaube, ich kann Deutsch. Ein bisschen. Und weiter geht's. Ja, so toll sieht der Weg jetzt auch nicht aus. Ach du Scheiße. Warum muss ich auch mal mit den anderen Teilen da kollidieren? So, jetzt aber. Jetzt dürfte ich eigentlich nirgendwo gegen mehr rennen. Nirgendwo gegen mehr rennen. Auch wieder sehr gutes Deutsch. Fertig. Also dann geht hier der hässliche Weg hoch. Hier ist ein hässlicher Weg, der da durchgeht. Ich esse jetzt mal eine Melone. Lecker. Super. So fruchtig und frisch. Ich hab ganz viele Vitamine in mir mit. Superschnell. Wäre da lustig, wenn dein Skin irgendwie so. Also der Minecraft Typ. Wenn du so fett werden würde, wenn du nur Fleisch isst oder so. Und wenn du dann Melonen isst, wirst du dünn und schlank. Schlank. Und wenn du Kakaobohnen isst, was gar nicht geht, dann explodierst du. Ja, jetzt mal so richtig lahm, so. Das wär nervig. Oh, alles wächst so schön. Ist das nicht toll? Ich bin so stolz auf mich. Okay, ich guck mir grad mal so mein bisher gebautes an. Sieht eigentlich ganz gut aus. Das ist super hässlich. Das ist super hässlich. Schattenmagisch nicht. Da muss ich irgendwie noch ein bisschen angleichen. Genauso wie da hinten. Das sieht auch extrem scheiße aus. Vielleicht kann ich denn mit den 6 Blöcken hier reißen. Mal gucken. Hat doch funktioniert, ne? So. Ja, find ich schon besser. Sieht irgendwie massiver aus. Du musst nur noch da drauf schneiden. Ich mach den Schnee jetzt extra nicht weg, weil... Dann schneidet nachher und dann hab ich die ganze Scheiße umsonst gemacht. Deswegen mach ich da einfach gleich so ein paar Fuck in den. Ich find den mit dem zugefrorenen See geil. Der hat mich verarscht. Ich hab gar keinen Ton gemacht. Deswegen war ich total verwirrt. Also jetzt brauch ich wieviel Klostern hab ich eigentlich? Ist in der Hölle jetzt eigentlich was neu? Ich glaub nicht, oder? Kürbisse. Brab ich denn die Kürbisse von eben? Scheiße, hab ich in der Truhe gelassen. Fuck. Äh... Äh, genau. Das tue ich weg. Da, da. Und... Das und das und das. Und dann auch. Wollte ich ja dafür Y drücken können. Wollte ich ja dafür Y drücken können. Okay.